herzlich willkommen bei einer neuen folge von players battleground unknown battleground also players wissen bescheid und wir müssen irgendwie aus dem flugzeug und chris sagt jetzt dass wir nach ghatkar gehen genau wir gehen nach ghatkar ich bin auch dabei jetzt müssen wir rausspringen okay ich auch ich heiße euch herzlich willkommen wünsche euch viel spaß beim video es wird wahrscheinlich wieder sehr witzig ist gut meinst du und naja ich gucke schon mal vorsichtig in die runde was hier ich komme nicht ganz bis nach ghatkar hin deswegen gehe ich hier vorne in die gräben schon mal hinten und lute hier schon mal ein bisschen irgendwie habe ich das gefühl dass hier wirklich die springen alle dabei den ruinen ab und wir haben es direkt nach ghatkar geschafft es ist nicht ganz ghatkar bei mir schon bei dir schon bei mir nicht ich bin vorher zu den häusern aber ich komme dann zu dir das will ich also bei den ruinen jetzt quasi rechte rechts von dir sozusagen oder schräg rechts hinter dir und schräg links hinter dir sind auch ganz viele einfach sind die grafiken gerade am laden hier so auch direkt eine m16 gut ist geneckt ob du das witzig findest habe ich gefragt witzig was level 2 helm die fresse ich habe auch schon der schutz ja lack vor so würden ja ich darf auch mal lacken nein und lack schwarz lack hast du viel geraucht oder was du und ich bin auch stolz drauf nein auf rauchen darf man nicht stolz sein seit wann ist kiffen brauchen eigentlich schon immer so ok vergessen wir das sonst werde ich nachher noch angeklagt das war nötig sprache ja so ich laufe mal zu dir aber wir hoffen denn ich scheiß auf dich und dein geld das glaube ich nicht das ist bei dir auch heute die nase irgendwie so ein bisschen ja ja bei mir auch da siehst du mal weiß gar nicht woher das kommt scheiß koks du brauchst du ich komme jetzt zu dir ich von wegen ich laufe zurück die zone die zone ist bei dir nicht dran danke für dieses wortspiel wird die zone ist bei dir nicht drin ja das ist ein astraines wortspiel was willst du eine m4 16 erkenne ich ein fan von wie du auch nein aber alex ist also ein riesen fan von dem ding geworden frankreich nein das ist mir egal alles gut ist gut dachte ich habe nur gerade ein auto gehört aber es war kein auto außerdem lass dir nicht einfallen hier ohne mich zu spielen suchen auto und hol mich bitte ab da musst du kommen ich wundere ich dachte gerade hier ist ein jeep vorgefahren und die warten hier auf mich nein das ist ein nach süden ausgerichteter kaputter jeep gewesen er sah aber so aus dass man da hingefahren wurde also original ja ich verstehe tust du nicht tust du nicht tust du nicht aber es kam echt rüber nein sonst hätte ich es ja nicht erkannt tust du hast mich gerade angeozt nein tust du nicht tust du nicht aber hier wäre 2 wärst du gewesen also wärst du nicht ach gut das ist jetzt das schicksal des weggelaufenen das ist richtig neuer buchtitel das schicksal des weggelaufenen hm auch ich wie weit ist denn die zone oh gott die ist ja gerade mal 3 meter weg ja die 3 meter können entscheidend sein sagte er und starb da 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 ich hab von den orro von irgend soem ich weiß gar nicht wie das lied original heißt mhm von soem zirkus lied aber nicht dieses da 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 nicht das sondern ein anderes ja 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 leg mich auf den arsch ja ja mhm Hast du was gesagt? Nein Ich rede nur mit mir Ja, okay Es ist ein Hobby Jeder darf eins haben Na so, das soll ich jetzt auch nicht sagen Dass jeder ein Hobby haben darf? Ja, siehst du Jetzt habe ich dir den Ohrwurm verpasst Und wahrscheinlich auch noch ein, zwei anderen Leuten Oh, geil Ein Military West Oh, hat er eine Level 3 Weste gekriegt Das ist nicht Ich wollte gerade sagen, ich bringe die Level 2 Weste mit Hier ist noch eine Skl Das fehlt, ne? Das fehlt Ich meine, es ist unreal Ja, das ist aber auch unreal, dass man sich irgendwie Den Rucksack voller Munition packt Und noch fünf Energies Und noch fünf Blendgranaten Und das ist auch irgendwie unreal Warum? Finde ich Also so ein Rucksack ist auch irgendwann mal voll Na, aber er wird ja auch irgendwann voll Ja, das stimmt So, hier ist kein Fahrzeug Leider, außer so ein ausgebrannter Trecker Also holst du mich nicht ab Ne, ich hab keinen Aber dann, dann, ähm Reaktiviere mal den Trecker Und dann Ja, reaktiviere Reaktiviere mal den Trecker Okay Äh, einen abgebauten Trecker Okay, also Repariere den Trecker Äh, lackiere ihn neu Äh, ziehe neue Reifen auf Was beim Trecker extrem schwierig ist Ähm Ja Rede, rede kein Rede kein Unzeug, was? Unzeug Ja, kein Müll Kein Quatsch Ja, ist klar Hm Wie sieht's mit der Zone aus? Da musst du gucken Ich bin drin Ja Schnell ging's Magazin drauf Oh, ne Oh, das sah eben Auf dem Fußboden sah es noch ein Level 3 Helm aus Und was ist es? Level 1 Helm Hm Ist ja fies, ne? Ist fies Naja Kann man nicht anders sagen Sag mal, ich hab hier doch ein Auto Ja, warum Ja, warum holst du der? Ja, warte Ich hör Schüsse über mir Ja, ich hol dich ab Und dann fahren wir weg Ich hör trotzdem Schüsse Ich weiß noch nicht von wo First check dich bitte Ich komm zu dir Und wir fahren in die Zone rein Ach, die sind hinterm Berg Okay, alles klar Hier steht auch ein Auto Sag mal Geht's dir gut? Ja Danke der Nachfrage Im Moment geht's ganz gut Hallo Chris Achso, du siehst mich noch gar nicht Ne Ich winke dir mit der Tür Hallo Ich fliege Hallo Ah, jetzt seh ich's So, komm runter bitte Hui Hallo Hallo Gleich schieße ich dir die Reifen kaputt Wo geht's hin? Ja, weiß ich nicht Keine Ahnung Wir fahren Mal da rum Ja 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 Hinterbund geschossen Also hinter dem Berg wurde geschossen Also hinter dem Berg wurde geschossen Also hinter dem Berg wurde geschossen Was ist das? Achso, du behälterst mich das Was ist das? Nein Hier ist nichts, war nichts, wird nichts sein Kann wir nicht, gehen wir nur wieder rein Ich wusste doch, dass du das willst Ich will auch mit Hallo Der will nicht einsteigen Ähm Ich wurde jetzt angefahren Sogar Ich habe ein Energie verloren Mindestens Ja, weil der Tank leer war, weißt du Ach Quatsch, der war drittel voll Du, ich tanke immer nach zwei Kilometern Ich fahre eigentlich nur von Tanke zu Tanke Und wenn auf dem Weg keine Tanke ist Hm, hech Habe ich Keine Ahnung Vorsicht, langsam Da ist ein Haus Ja Ich meine ja nur Wolltest du ja nur sagen Hier ist Ist das Was wir so ausgedrückt haben Das ist das Haus? Ein Haus sein? Ja, hier sind die Türen auf Warum das denn? Ja, hat bestimmt Ein Verrückter Achso Ist aber immer so ein Gedankenkern gewesen Stopp So, ich denke Ich denke mal hier Hier oben Können wir uns mal umgucken Hier sind die Türen zu Also noch oben sind die Türen zu Hier sind die Türen auch zu Das heißt zwar nichts Aber ich gucke jetzt mal hier rein Das Auto war bei mir gerade extrem laut Ich hoffe man konnte die Gespräche trotzdem verfolgen Hier ist noch ein Level 2 Helm Ich habe 2er habe ich Ich habe auch gerade eine 3er Weste gefunden Hm Munitionsknappheit habe ich noch so ein bisschen Aber nicht viel Welche Muni? Äh, die Ne, jetzt habe ich gerade was gefunden Entschuldigung Hier ist noch ein M4-16 Hast du ja schon, ne? M4 brauche ich nicht Ich habe die Scar Achso Das Scar L habe ich auch Ach wie schön Ich habe die Kirk Äh, hier ist eine Hier ist ein erweitertes Magazin für die Sniper Kirk war doch ein Sniper Was ist besser? Sniper oder Schrot? Schrot, ne? Also für Häuserkampf ist Schrot Ja, wird das auf dem Häuserkampf hinauslaufen? Ich habe keine Ahnung Ich bin bei dem Eigentlich nicht, ne? Ach, ich habe dich gerade gehört Von einem anderen Haus Okay, alles klar Ich dachte gerade Warum höre ich da? Schritte? Warum höre ich Schritte? Ach, du bist nur Auf der anderen Hausseite Eigentlich nicht, ne? Hast du noch Platz für ein Scharfschutzengewehr? Ne Aber ich bin auch kein guter Scharfschutzgewehr Hast du eine Schrot? Äh, nein Ich habe eine Eine M16 und Eine M16 und eine Sky Du hast Bolzen liegen lassen, Chris Bolzen Mhm, und du hast zweimal Sucher liegen lassen Hä, wo? Mhm Oh, hier in dem Haus? Äh, ne, in einer kleinen Hütte nebenan Echt? Oder bin ich da vorbeigelaufen? Ui Das ist ja Hör gar nicht mal in Art Ja, mich ärgert das Was soll ich nehmen? Meinst du jetzt Scharfschütze oder Kicks? Ja Nimm du mal einen Scharfschütze Das kann nicht schaden Oh, ich habe ja noch eine M16 Und ich habe Eine M16 ist besser als ein Ska Das ist Äh, ja, dann tausche ich Ich brauche für die Ska noch irgendeinen Aufsatz Jetzt, wo du es sagst Ich habe alle Aufsätze für dich Ska Nein, also ich meine jetzt irgendeinen Rotpunkt oder irgendwas Ich bin kein guter Kimmer Concealer Ich habe noch einen Holo und einen Rotpunkt Einen Holo nehme ich gerne Mal gucken, aber vielleicht finde ich hier noch was Ja, ein langes Ein langes Magazin So wie ein Abgewinkelter Ich habe einen Rotpunkt gefunden Danke Ich wollte nur nett sein, ja Ja, ich weiß Deswegen sage ich ja danke Also halt die Fresse Weißt du, was noch fehlt hier In dem Spiel? Hm? Landminen Ich habe eine Sanitätstasche gefunden Ja, ich habe auch schon mal so gedacht Wie sieht es mit Claymos oder so aus? Hm? Claymos wäre noch Weißt du, Klee Ja Ja Äh, hier brauchst du Du brauchst ja auch 5,5,6er, ne? Hier sind noch 60 Schuss Oh nice Hätte ich nur nicht mehr mitnehmen, weil ich gar Platz mehr habe Gasmaske Na gut, eine Gasmaske Ich verschritte Nein Doch, oh Och man Hier oben Oh Gewehrschüsse Darf ich das? Weiß ich nicht Ich weiß auch nicht mal wo Wo ist Moni? Irgendwo rechts von uns Äh, in dem Raum da hinten Äh, hier Level 2 Helm, ne? Ja, ich weiß, das habe ich schon Da In die Richtung, wo ich jetzt gucke Okay Okay Ich habe mal eben 310 Schuss Ja, ich habe auch Alles andere Alles andere sind Luxusprobleme Äh Okay, egal Ich behalte meine Waffe hier Und ne Schrot Wenn ich Ne Schrot ist im Häuserkampf Gold wert Im Häuserkampf, ja Jetzt ist die Frage, wo es Also wir sind noch ganz gut in der Zone Die überlegt Also wenn das hier hinkommt Denn es ist ein Häuserkampf Ja Aber so wie wir das Spiel kennen Wir haben sie aufs Feld geschickt Ja Jetzt zersplittert die Fenster Du hast einen Mantel gefunden? Hm Nerviger Warte Ein Bucky auf 350 350, was sage ich Auf 310 Ein Stehender Ein Stehender natürlich Ja Aber der zeigt Richtung Osten Okay, also Wahrscheinlich da nicht abgestellt Sondern gespawnt Gespawnt Hier liegt noch ein Energy Einfach so rum Habe ich den übersehen Tatsächlich Hast du hier Zeug abgeschmissen? Ne Das ganze Zeug auf einmal Ja Das ist jetzt tatsächlich neu gespawnt Aber Die Zone ist relativ groß Boah Die ist riesig Und es leben nur noch 40 Ja Es ist jetzt Im Moment ist es Alles Luxusprobleme hier Mach hier nicht immer die Türen auf und zu Sommer 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 Hä? Was ist Sommer? Siehst mich nicht, du siehst mich nicht Siehst mich nicht Siehst mich nicht Ich bin Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Oh, er hat mich gefordert Ah, er schießt auch nicht Ok Ok Ja, ok Ich bin draußen Das ist schön Was machst du doch? Nein Oh, ich habe nochmal einen zweimal Sucher Oh, den nehme ich Gerne Wenn du ihn nicht brauchst Den brauche ich für meine Schrot Ja Ich erwähnte gerade eben schon die Luxusprobleme Die wir haben, oder? Wird schön Hier liegt er Wo? Wo ist hier? Ach hier Wo ist hier? Ach hier Dann kann ich ja einen Rotpunkt wegschmeißen Ah, geh mal aufs Weg Entschuldigung Er wieder Ich weiß doch Ich weiß doch, dass du den viermal Sucher magst Zweimal Sucher Ich höre wieder Jeballer Ja, dann hör doch auf Ich bin da ja nicht Lass mal ins Haus Also ganz ehrlich, ne? Komm mal eben her Also wenn die Fußspuren Auf dem Fußboden sind Okay Aber was zum Teufel machen die an der Wand Oh Ähm Mhm Wollen wir da oben zum Haus? Ja Würde ich ganz gut finden Ja, ich denke Da haben wir ein bisschen Erhöhung Kann man auf dem Auf den Nein Gerade Fehlt Marktlücke Doch, kann man Lass da hoch Wollen wir mal gucken? Mal gucken, ob keiner guckt Aber umgucken hier, ne? Ich guck ja schon Ja, ich nicht Ich guck ja schon, ob keiner guckt Geil, kann man doch Hauptsache man kann sich da auf der Schanzen Kann man nicht Da oben ist ein Geländer Sitzen da auf der Schanzen Mal hinlegen Ja Okay, nach ganz oben kann man nicht Das ist ja nice Oh, da hätte ich jetzt die Schkark dabei Äh, ne Person auf Zwei Personen auf Äh, 120 120 Hinter dem Baum Das ist hier nicht Da, wo das Motorrad steht Danke für die Antwort Hallo, Chris Ach, keine Ahnung Da waren zwei Personen Entweder du siehst sie oder siehst sie nicht Jetzt sind sie bestimmt schon weg Boah, das Motorrad steht Ja, ja, genau Irgendwo da Er macht mich fertig Er macht mich fertig Ich geh wieder runter Warum? Weil ich Angst hab Hier oben Ähm Airdrop ist bei Richtung Norden Runter gegangen Gut sichtbar sogar Also dicht dran bei uns Es könnte gut sein, dass Hier gleich was auftaucht Bei uns Da wird anscheinend auch schon geschossen Wie sich das anhört Hast du ein Energy? Äh, ja Hab ich sogar Über? Ähm Ja, hab ich Sehr gut Oh Ey Ich will Sehen da Danke Weißt du, ich hab grad ein bisschen Durst Nur deshalb Entschuldigung Ein Auto auf 100 vor dir? Auf 100 vor mir? Ja, da hinten rechts Deine Ortsangaben können Ein bisschen besser werden Als Bevor du dich gedreht hattest War es vor dir Okay Haben wir in diesen Häusern noch nicht drin? Ah, wir sind aus der Zone Ja, stimmt Hast du recht Fahren wir mit dem Auto weiter? Nö Da können wir locker zu Fuß laufen Gut Jetzt Oh ja Oh ja, sorry Mein Fehler Aber ich lass mich noch mal ganz kurz was drunken Ja, ich muss auch noch mal eben Was tu ich denn hier? So, das wollte ich Ach, du meinst in echt? Ja, Achtung auf mich Wird geschossen Ich frage es wo Von wo? Aus dem Haus raus? Weiß ich nicht Ja, aus dem Haus raus Oberes Fenster oben rechts Oh fuck, wir sind verletzt Zwei Personen Mindestens Ja Lass auch ins Haus rein Ja, ich halte dich erstmal Ja Ja Können wir da durch? Ja Türen zu Geh mal nach oben Und guck zum Fenster dahin Weißt du? Ja Ich seh Oh, ich kann mich nicht um die Ecke gucken Hier so weit Oh Hier sind die Türen aufgegangen Das war ich Oh nein Hast du unten aufgemacht? Ich hab unten zugemacht wieder Okay Wo bist du? Ich bin Ach da Oh scheiße Wir müssen in die Zone, ne? Ja Lass hinten raus Nein, lass hier rausrennen Alter, wo Jan jetzt? Vor allem Ich hör die Schüsse immer aus der anderen Richtung Du läufst auf die zu? Immer noch im Haus Ich muss heilen Hilft nix Immer noch in dem Fenster Ja Wir müssen auch hinter uns achten Die Stürmen bestimmt raus Kann ich mir gut vorstellen Ich komm zu dir Fuck, du bist verletzt Ja, ich bin nie Das genau auf der anderen Seite Er ist schlechter Schütze Okay, bleib stehen Ja Oh Mann ey Das ist immer so lange dauert Das ist extrem scheiße Nein, aufhören Ich hab auch eine Sanitätstasche Ich bin weggesnipert worden Von woanders Fuck Okay, bleib Du kannst so nicht heilen Doch, eben hat es mir angezeigt Oh Fuck, der kommt raus Ich krieche zur Ablenkung weg Das hilft nix Ich schaff's mich eh nicht mehr Doch, schaffe ich Nein, lass Bleib jetzt Ja, okay Ist ja gut Bleib stehen jetzt Oh fuck Okay Irgendwo snipert ein anderer Jetzt auf die Alter, hast du gelegt oder was? Schieß Mach mich kaputt Ja, ich muss nachwarten Oh Eine zweiläufige ist ganz schön scheiße Ich hab's vergessen Oh scheiße Okay, ein Kill Kein Kill Ich würd sagen aber Neue Runde Neues Glück Im Flugzeug Auf dem Anflug Ihr kennt das Spiel Aufstoßen für Fortgeschrittene Und wir fliegen Wir fliegen Wollen wir mal Wollen wir mal lange drin bleiben Und bis hier hinten versuchen Ja Wenn wir jetzt Da fliegen wir Mit der Ball ist übrigens Der Crystics Für die Leute Ja, ja, ja Also die Leute Also falls das überhaupt Einer guckt Und ihn nicht kennt Willst du mich verarschen? Nein, aber die anderen Okay Was hältst du davon Wenn wir mal hier hingehen? Wo? Nein Da müssen wir Oder? Weiß ich nicht Ja, lass da einfach Ich war da noch nie Ich war da Doch, ich glaub ich war da Sogar schon mal Was hältst du davon? Machen wir Ja, komm Aber mal gucken Was hier so An Leuten abspringt Wie viele Leute Sind noch im Flugzeug? Ja, ich weiß nicht Guck mal Ähm Ah Handvoll Wir sind fast alleine Und Ah Ja, jetzt Jetzt Ach, jetzt Oh, scheiße Einer Zwei Zwei, drei Ähm Die fliegen dahin Ich flieg Nach vorne Nach vorne Nach vorne? Also die fliegen Jetzt zu Richtung Norden Ich fliege Richtung Südwesten Und glaube, dass ich hier Relativ alleine Bei den Häusern bin Ja, gut Wir püren für uns hier Ja, die Schirme gehen da hinten auf Ah, da gehen Zwei, vier, sechs, sieben Leute sind da hinten Ja, nicht schlecht Und wir? Ähm Ich hab hier Nur uns gezählt Ich lande auf dem Dach Nein Ach man Ich lande auf dem Dach Das ist dumm Ja Voll die Ich auch Ich auch Nein Oh mein Gott Ein Viertel Leben Ein Viertel Leben Ein Viertel Leben hat's abgezogen Dafür hab ich gleich eine Skale gefunden Dann will ich mal hin gewährt Hahaha Mir hat's neu Leben abgezogen Ach, du bist ja auch ein Hase Der, ähm Immer Stimmt Auf den Füßen Federn kann Ohr, wie nice Keine Ahnung Was ist nice? Ich hab eine Sanitäts-Tasche Boah Das ist nice Mhm 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 Alter, was ist denn hier los? Hier ist ja gar nix Na, geschieht dir recht Du bist so gehässig Nein Doch Ich hab die Polizei Weste 2 Ich bin so imbar Imbarer geht's gar nicht Hätte ich jetzt ne Einblendung auf meinem Streaming Deck Wo imbar mit eingeblendet wird Hätte ich das jetzt direkt gedrückt Langweilig Gar nicht Wohl Überleg dir mal was Spannendes Was Spannendes? Was zu bespielen? Und Schoko Scheiße Ich hab'n Hänger Ich hab'n Hänger I have a Hänger Ein Hänger in the morning Oh nein Ein Hänger in the evening Oh, ein Firmarsucher Ich habe 2 Energies Mein Ohr juckt Ich geb' dir sogar einen ab Wenn du willst Also es war im Endeffekt doch ganz gut Äh, die Schrot behalten zu haben Jetzt von der letzten Runde meinst du Ja Ja, wobei Zweimal und so, ne Und viermal Sucher Äh, ähm Zweiläufiger halt nur, ne Richtig Aber wir sind hier in der neuen Runde Mit einer neuen Aufnahme Also vergessen wir die alte Aufnahme Und sind nicht mehr in der alten Runde Ja, das ist richtig Polizei Weste 2 liegt hier noch Fick dich Na, ich hab' ja schon eine Ich wollte dir das nur sagen Nein, ich möchte auch nicht so böse sein Sonst denken unsere Zuschauer Dass ich dich nicht mag Du bist böse So ist das nicht Ich mag dich schon Kreuze an Wirst du mit mir Players on the Battlegrounds spielen Oder nicht Ja, nein, vielleicht Aber ich bin schon ganz oben Scheiß Okay, das Haus war zwar Für den Grundloot gut Aber nicht für den Hauptloot Für den Grundloot Grundloot Da braucht Jeder braucht einen Grund Oh, erstmal mein Ohr jucken Alter, was hast du denn mit deinem Ohr Waschen ist das Geheimnis übrigens Oh, ein Achtbar-Sucher Ja, gut, den kannst du bald Ja, ich nehm' ihn mal vorsichtshalber mit Ja, nein, also Nicht liegen lassen Wer weiß, ne Vielleicht Find ich noch ne Sniper Dann nehm' ich ihn gerne Na, dann ist es auch sinnig Den zu benutzen Ich hab' für die Uzi'n Dämpfer gefunden Wie hört sich das da an Ne, das war jetzt ne Ziege Nein, das war keine Ziege Okay Die Ziege hört sich komplett anders an Du wartest jetzt drauf, ne Du wartest drauf Und ich find' die Teste nicht Nein Ich hab' so Ich find' Du musst aber Du musst aber auch den Zuschauern erklären Dass du einen ganzen Ziegen Also ein Haus stand Also Oh, ja, ich hab' hier Ich hab' ganz viele Ziegen Ich glaub' ich hab' gerade ein Hemd mit Ich mein' gut Die eine steht grad' in der Küche Aber Es fehlt mir übrigens noch Als Ton Vielleicht liest du nachher ganz viel In den Kommentaren Och, Gott sei Dank Die Uzi wegschmeißen M16 Ja, genau So war's zum Beispiel Weißt du Ja Ja Kennst du den kleinen Den jungen Ja Ja Völlig krank Und desorientiert Ja Kommt dir das bekannt vor? Ja Jeden Morgen Wenn ich aufwache Ja Kommt mir bekannt vor Überall finde ich hier für MG Welche Aufsätze Boah, nice Richtig gutes Zimmer Richtig gutes Zimmer? Unfällt dir die Einrichtung? Nein, aber ein zweimal Helm Achso Ein zweimal Helm Und hast du einen Helm beim Radfahren aufgesetzt? Nein Ein zweimal Helm Nee Da fehlt mir sogar noch das Fuck aus dem Mund Nein Ah Man kann sagen, ich höre einen Hubschrauber Das kann aber nicht sein Wie sieht es mit der Zone aus? Ähm Wir müssen Sogar Dringend Haben wir völlig beim Quatschen total vergessen jetzt, ne? Ja Ja Okay, ich suche mal einen Fahrbau an unserer Seite Ja Ich gehe nochmal kurz in das Haus Ich weiß gar nicht, wo in der Stadt hier ein Fahrbau an unserer Seite Hier sind so viele Häuser, ne? Es ist so viel zu looten Aber Man darf ja nicht Weil man wieder gezwungen ist, ein Fahrzeug zu suchen, um diesen aus der Todeszone zu entkommen Ich höre Geschüsse, äh, Gelächter, äh, also Jetzt habe ich ne 5, äh, ne 5 Maschrotige Ich hoffe, du hast ein Auto gefunden Nein Ich laufe mal den Schüssen entgegen Ich will mal gucken Werner guckt Nicht ohne mich, bitte Nee, ich Nicht ohne mein Team Ich will nur mal gucken Weil ich hier Die Schüsse waren nicht gerade weit weg, aber Ich sehe leider nichts Und wir müssen in diese Richtung Und jetzt mal ganz schnell mit dem Auto Entschuldigung, ich habe aber noch nichts gefunden Ach, da bist du ja schon Entschuldigen Sie Es ist sie, 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 sie Es ist sie, sie, sie Es ist jetzt zurück Irgendwo Was wir können auch mit dem Boot fahren Au ja Wenn ein Boot da ist Ich sehe noch keines Hm Das ist doch hier eigentlich In der Bucht sonst, ne? Ja Wir gucken mal Äh, echt kein Boot Ist kein Boot Ist kein Boot Ist kein Boot Ja, so ziemlich Was nicht ganz genau Wo ist denn das sonst? Ja, da Ist keins das ist jetzt blöd ist immer eins diesmal nicht bevor das alles hier ist schmeiße ich mir noch mal ein Energydrink hinter die Gesundheitsluke Entschuldigen Sie ist das der Sonderzug nach Frankfurt nein ich muss da eben mal da ist ein G da ist ein Tatscha holen und los ja bin ja dabei ich muss die linke Seite so ein bisschen in Augenschein behalten weil da waren eben noch People ist mir egal da kommst du ja schon warte ich breche durch das schaffst du nicht da bist du doof das schaffst du nicht Entschuldigung war ein Versuch noch ein Stück 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 so ich bin raus mit der Tür die Zone ist übrigens schon vorbei ja wo wollen wir denn hin da hin fahren fahr einfach fahren ja schon das erhältst mich nicht nein wir möchten da das gelten ganz oben ganz oben und wenn du ein bisschen schneller fährst werde ich die Pippe und da ist ein Fluss da hast du recht ich bin gleich tot fahr zu sonst fahr ich oben auf der Brücke ein Auto oben auf der Brücke ein Auto mhm vielleicht sagst du ja noch da steigen wir sind ausgestiegen gestiegen ja hin 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 weiterfahren fahr weiter fahr weiter ja ich bin in die Mauer gefahren fahr da geht es noch fahr ja entschließend du siehst ja dass es nicht schneller geht ich bin down hast du jetzt gerade echt die Dings gewechselt Hahahaha danke fürs zusehen magst du einen an einem Murmeln oder Hast du die Aufnahme schon abgebraucht? Nein. Danke fürs Zusehen. Die Erklärung wird natürlich jetzt rausgeschritten. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.